Ich möchte noch mal einen kleinen Rückblick auf unseren letzten Mannschaftskampf werfen. Da hatte ich euch ja meine Partie schon gezeigt, das Remis an Brett 3. Und ich möchte aber noch mal auf eine Partie eingehen, die an Brett 6 gespielt wurde. Da hat der gute Nick Merlian, das ist einer unserer Nachwuchsstars, wenn ich so sagen darf, für unseren Verein, also an Brett 6, gegen Thomas Wietkowski gespielt. Und ihr seht das auch an der DWZ, der Nick wird immer besser, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Favorit. Sein Gegner ist etwas stärker von der DWZ her. Wir gucken aber mal, wie diese Partie gelaufen ist und wie sie ausgegangen ist. Und warum zeige ich euch das Ganze? Weil sich einige von euch immer Partien aus der Community wünschen. Nicht immer nur GM, Superstars, die machen sowieso gerade relativ Pause. Die großen Turniere kommen jetzt ja alle erst. Aber deswegen bleibt Zeit mal auf die Bezirksliga 1. Ich wünsche euch viel, viel Vergnügen. Hallo liebe Schaffreunde, willkommen zurück bei Chessalize Gunnis YouTube Kanal. Ja, ihr habt es gemerkt sicherlich, in den letzten drei Tagen habe ich mal nicht ganz so viele Videos hochgeladen. Ich habe mal auch mal ein, zwei Tage Auszeit genommen. Das müsst ihr mir nachsehen bitte, weil jetzt bom anstrengende Wochen. Ja, es fängt jetzt zum Beispiel in zwei, drei Tagen der American Cup an. Den möchte ich intensiv begleiten. Weltklasse besetzt mit Caruana an der Spitze. Und dann kommt natürlich das Cränke Open, wo man auch noch hinfahren muss. Viel Vorbereitung. Vielleicht auch viele Videos, die ich hoffe, die ich aufnehmen kann, so ein paar Clips. Und dann kommen natürlich die Candidates. Also es ist einiges los und deswegen immer mal so ein bisschen mit den Kräften haushalten, ja. Okay, also der Nick Merdian, unser Brett 6. Der Junge ist schachbegeistert ohne Ende. Bist du 16 Jahre alt oder ist er 17? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Nick, bist du 16 oder 17? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Jedenfalls, er macht auch eine Ausbildung zum Schiedsrichter. Und er ist sehr aktiv und das gefällt mir sehr gut. Jetzt war er am Brett gegen den guten, wie heißt er, muss ich mal nachschauen? Von Tomasz Witkowski. Und hiermit weiß der Nick. Und da gibt es ein paar Besonderheiten in dieser Partie, die ich euch erklären muss. Wenn euch das Ganze gefällt, was ihr seht, das wisst ihr, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr gar nichts verpasst. Oder unterstützt mich auch gern mit einer Spende via PayPal, damit solche Videos auch immer möglich sind. Und das haben getan der Oliver und der Brüterik Press, so nannte er sich das. Aber hier oben seid ihr verewigt. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Das hilft mir sehr. Vielen Dank. Also jetzt aber zum Schachlichen und was ist denn hier los? Der Nick eröffnet die Partie. Ja, was soll ich sagen? Mit dem Fehler D4. Nein, kein Fehler. Ach, ich muss ihm nochmal sagen, er soll zum E4-Spieler mutieren. Das ist natürlich ein Spaß. Ja, Quatsch natürlich. Also, und sein Gegner spielt hier D6. Ja, das ist okay. Kann man machen. Ich möchte aber, ich möchte jetzt gar nicht so viel über die Eröffnung lamentieren. Aber ich muss euch mal sagen, wie die Engines von heute diesen schwarzen Aufbau, das schwarze Setup kritisieren. Ja, also man kann das natürlich spielen. Hier, guckt mal. Springer C6, sehr ungewöhnlich. Der Nick spielt Springer C3. Jetzt kommt E5. Das Ganze hat so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Namen hat. Das ist halt so eine, weiß ich nicht. Also, es hat ein bisschen was von einem Philly-Tor. Ja, aber ist es nicht. Nimzovic-Verteidigung irgendwo auch was dabei. Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Der Nick spielt hier korrekterweise Springer F3. Übrigens D5 noch stärker. Aber anyway, lassen wir es. Springer F3. Und sein Gegner spielt hier Läufer G4. Und darauf wollte ich hinaus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Liebe Schachfans, diese Stellung, ja. Das sind jetzt gerade mal vier Züge gespielt. Vier Züge. Bewerten die Maschinen schon mit einer Plus 1,2 für Weiß. Das ist kein gutes Setup von Schwarz. Und natürlich ist immer die Schwierigkeit, das nachzuweisen. Ja, die Engine kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber wie beweist man denn das? Warum ist denn das Setup nicht gut von Schwarz? Der Nick, der macht das gut. Der spielt nämlich hier D5. Völlig richtig, ja. Greift sich mehr Raum im Zentrum und vertreibt diesen Springer. Ja, wo geht denn der hin? Also, das Beste wäre wahrscheinlich nach B8 und dann über D7 irgendwann zurück oder über A6. Aber sein Gegner hat den Springer nach E7 gespielt. Und jetzt kommt der kleine Kick hier auf den Läufer, H3, ja. Und der muss jetzt brav zurück ins Körbchen, kann man fast schon sagen. Er könnte sich natürlich hier tauschen. Das ist aber nicht gut, ja. Weil dann kann Weiß mit dem E-Bauer nehmen und hat eine fantastische Stellung. Es liegt immer der F4-Hebel in der Luft. Man kann den Läufer nach D3 stellen. Man kann den Läufer nach D2, Kurzelrohrade, Langerrohrade, whatever. Aber dieses ganze Konstrukt ist einfach gut für Weiß. Und deswegen tauscht der Gegner auch nicht nach H3 hier raus, sondern geht zurück nach D7. Hm. Das, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, ja, das kann es nicht sein. Also, ihr seht ja selber, selbst die vielleicht nicht so geübten Spieler unter euch, das ist kein guter Aufbau von Schwarz, weil einfach zu passiv, ja. Guckt euch mal den Raumvorteil an, den Weiß hat. Der Nick macht das völlig richtig hier mit E4. Mehr Raum greifen. Der Springer hüpft nach G6. Ja, okay, der möchte sich diese Felder hier betrachten und kontrollieren. Aber der Nick entwickelt einfach hier. Hier könnte man auch direkt G3 spielen. Es wäre auch ein sehr, sehr guter Zug, weil man dem Springer einfach sämtliche Optionen nimmt. Wäre ein guter Zug. Aber auch H4 ist hier gut, ne, mit dem drohenden H5 und so weiter. Es gibt hier verschiedene gute Züge. Läufer E3 ist auch nicht schlecht. Wunderbar. Schwarz muss irgendwie zusehen, dass er seine Figuren ins Spiel kriegt. Läufer E7. Damit D2 vom guten Nick und H6, um hier das Feld G5 mal unter Kontrolle zu nehmen. Und das ist Läufer D3 hier auch völlig klar. Ein logischer Zug. Springer F6. Und das ist hier eine... Also jetzt hat man die Eröffnung abgeschlossen soweit. Also die Figuren sind alle im Spiel bei beiden Spielern. Aber die weißen Figuren stehen einfach harmonischer. Dieser Aufbau mit diesen entwickelten Springer in den Läufern hier ist einfach harmonischer, besser als der Aufbau von Schwarz. Also die Springer hier stehen... Joach, die stehen da halt. Drohnen im Moment nichts. Die Läufer sind relativ beschränkt in ihrer Wirkung. Also eine bessere Stellung für Weiß, das ist klar. Aber nochmal gilt natürlich auch die Frage, kann der Nick das beweisen? Das ist ja immer die große Schwierigkeit. Engine hier, Engine da, bla bla bla. Wie beweist man das? Erstmal raumgreifend spielen. B4 hier, guter Zug von Weiß. Auch A4 wäre gut gewesen, das ist jetzt mit Computerunterstützung gecheckt worden hier. B4 aber auch gut natürlich. Und Schwarz muss hier schon irgendwelche, wie soll ich denn das nennen, Verrenkungen machen, um die Figuren ins Spiel zu bringen. Und er hat, oder um zu entlasten, er hat hier Springer H7 gespielt, der Thomas. Und möchte natürlich hier über auf dem Feld G5 ein bisschen Material vom Brett nehmen. Der Zug ist gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Und diese Idee, hier auf G5 zu entlasten, ist keine schlechte Idee. Das hat er ganz gut gemacht, wie ich finde. Und der Nick sagt, ja okay, ran an den Speck C5. Ja klar, wieso nicht, ja. Das könnte man vielleicht noch vorbereiten können, aber ja, okay, auch nicht schlecht C5. Jetzt kommt eben dieses Manöver, Springer G5. Und der Nick, der tauscht ihn einmal raus. Das ist auch korrekt. Läufer schlägt G5. Und ja, hier, also ich muss mal sagen, dieses Manöver Springer H7 Springer G5 war kein schlechtes. Schwarz schafft es tatsächlich so ein bisschen zu entlasten, die Stellung. Wobei natürlich weiß immer noch besser steht. Das muss man auch sagen. Aber so einfach ist das eben nicht. Deswegen habe ich das mit dem Nachweis schon zweimal fallen lassen. Das ist nämlich nicht einfach. Ja, 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 weiß steht besser. Aber, hm. Also der Nick sagt, er hätte hier auch tauschen können, ja. Und er hat sich für G3 entschieden. Das ist ein bisschen brav, sage ich mal, ja. Man nimmt dem Springer die Felder. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, ja, jetzt schlägt halt Schwarz hier auf E3. Und, ähm, ähm, also er tauscht quasi unter seinen Bedingungen, wenn man so will. Ja, Schwarz. Damit schlägt E3. Und im Grunde, jetzt ist es dann so weit, das ist ein bisschen brav gewesen, G3. Jetzt hat Schwarz fast ausgeglichen. Ja, also nicht ganz vielleicht, aber hier ist das insoweit in Ordnung. Und Schwarz sollte, aber das ist auch nicht einfach, muss man auch sagen, für Schwarz hier korrekte Züge zu finden. Zum Beispiel zu entscheiden, rochiert man jetzt hier kurz? Oder spielt man irgendwie A6 oder sowas, um die weitere Expansion hier zu verhindern? Ist gar nicht so einfach. Und, ähm, sein Gegner hat sich entschlossen, weiter auf Vereinfachung zu setzen mit Dame G5. Ja, weiß ich nicht. Nick, finde ich, macht das, also er könnte hier tauschen. Das muss man klar sagen. Er könnte tauschen. Die Struktur verschlechtern von Schwarz. Also ich kann es euch mal zeigen, wenn man hier zum Beispiel raustauscht, muss Schwarz natürlich wieder nehmen. Und jetzt einfach vielleicht König D2, sogar den König mit da ranbringen an den Spaß. Das ist, das Endspiel ist besser, aber nicht einfach. Ja, muss man auch sagen, ob man sich hier auf dieses Endspiel einlässt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Nick wollte es nicht tun. Er ist nämlich mit der Dame hier zurückgegangen nach E2. Jetzt kommt A6, okay, nachvollziehbar. Und Nick stützt das Ganze mit A3. Wieder etwas passiv. Ja, also hier müsste man mehr, 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 wie soll ich mal sagen, mehr Fisch auf die Gräten packen. A4 hier gleich, natürlich, wieso denn nicht? Oder von mir aus auch H4, die Dame kicken. Und die müsste zurück nach D8 wahrscheinlich sogar. Also so langsam, Step by Step den Vorurteil weiter ausbauen. Nochmal, mein Hinweis, nicht einfach. Bisher hat Weiß alles richtig gemacht, wenn man so will. Auch Schwarz hat das ganz gut gelöst. Die Stellung ist in etwa ausgeglichen. Okay, wie geht es denn weiter? Naja, Schwarz spielt H5. Warum? H5 ist kein guter Zug, ja. Also, es ist jetzt auch nicht die Apokalypse. Nur, es gibt keinen Grund dafür, H5 zu spielen. Ja, also jetzt kommt natürlich H4 von Weiß, ist klar. Und die Dame versteckt sich auf H6. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, was will die da? Also, aber auch hier muss man wieder eine Antwort finden. Und ich finde, ich finde, ich finde, ich finde die Antwort, Fint, 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 das Manöver vom Nick hier, Dame D2 zu spielen, ist schlau. Ja, weil er sagt, ich brauche gar keine Rochade mehr. Wenn du hier tauscht, nehme ich mit dem König, freue mich, dass der König schon im Zentrum ist. Wunderbar und spiele hier auf meinen Raum Vorteil. Ja, aber Schwarz hat gesagt, na gut, wenn du die Damen tauschen willst, dann tausch du sie doch. Und das passiert auch. Dame schlägt H6, Turm schlägt H6 und König D2. Guter Zug hier auch. Schwarz allerdings kann Gegenspiel, auf Gegenspiel setzen mit F5. Und das ist eigentlich so eine ganz kritische Stellung. Also bisher war die Partie, ich muss mal ganz ehrlich sagen, für das Niveau, ja, also das ist jetzt nicht despektierlich, um Gottes Willen, für das DFZ-Niveau und so weiter, sehr gut. Ich fand zwar die Eröffnung von Schwarz etwas krumm und irgendwie misslungen, aber das hat er ganz clever gemacht hier, sein Gegner. Und ich finde, die Partie hat durchaus ein echt gutes Niveau. Das muss man wirklich sagen. Jetzt wird das gar nicht so einfach hier für Weiß. F5 ist ein guter Gegenschlag. Und jetzt muss ich nicht überlegen, ob er den raustauscht oder was. Also gefühlt würde ich sagen, nein. Warum nicht die, das ist wieder so der Klassiker, wieso nicht erstmal die Türme hier ins Spiel bringen? Den Turm C1 zum Beispiel oder für mich ist auch Turm E1, irgendwie sowas, wahrscheinlich den Turm E nach E1. Ich weiß nicht, ob Nick so ein bisschen Respekt hatte vor eventuellen F4s oder sowas, oder das ist eher aber gar nicht gut, sondern vielleicht, ich kann es euch ja mal zeigen, machen wir mal Turm C1, F schlägt E4, ist hier wahrscheinlich besser. Und ihr seht schon, wenn jetzt hier der Springer nimmt, dann hängt der D5. Das heißt, man muss hier mit dem Läufer nehmen. Und jetzt rochiert Schwarz aber einfach weg und hat eigentlich, ja, sich der meisten Sorgen, hat er sich entledigt, ja. Hier nehmen, ah, er nicht, ne, er nicht. Der Turm deckt ja auch noch rüber. Das ist nicht das, was man will. Wenn der Bauer nehmen müsste, dann wäre das was anderes. Aber ist ja nun mal nicht so. Man könnte jetzt hier den König weiter ranführen und so. Aber Schwarz hat auch Druck auf der F-Linie, hier Turmverdoppelung. Puh, nicht so ganz einfach, ja. Computer sagt, ausgeglichen diese Stellung. Hm, ich kann also verstehen, warum Nick hier gezögert hat. Und jetzt muss ich euch noch was sagen, Leute. Wir sind jetzt im 21. Zug, okay. Und der Nick, der hat jetzt noch, jetzt haltet euch fest, sieben Minuten. Und zwar für weitere 20 Züge, 19 Züge. Sieben Minuten. Und ich war während dem Mannschaftskampf auch ab und zu mal am Rumlaufen, ein bisschen am Gucken und hab mir das ein bisschen angeschaut. Und der Nick, ne, in horrender Zeitnot. Liebe Leute, die Stellung wird ja auch immer komplizierter. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier alles sonnenklar ist. Nick ist ein guter Blitzer, aber, wow, wenn man dann von außen zuguckt und die Uhr tickt runter und okay, und der Nick nimmt auf F5. Kann man auch machen. Okay, der Springer nimmt, ist im Spiel und der muss mal ganz schnell entfernt werden. Hier wird das groß abgetauscht auf F5 und jetzt kommt dann doch der Turm ins Spiel auf die E-Linie. Und bedenkt hier bitte, König D7, guter Zug, bedenkt bitte horrendeste Zeitnot bei unserem guten Nick und der muss hier eigentlich jetzt schon blitzen. Also die Uhr läuft und läuft und läuft und das ist eben, das ist, man kann in solchen ausgeglichenen Stellungen so viel kaputt machen mit ungenauen Zügen. Der Gegner hat noch mehr Zeit gehabt, natürlich, und hat hier auch ein bisschen sich Zeit genommen. Nick erstmal Turm E3, solide, Turm F8, der kommt ins Spiel. Hier verdoppeln, wunderbar, Türme sind im Spiel und Turm F7. Ein bisschen seltsamer Zug, aber gar nicht mal so schlecht. Und der Nick, wie gesagt, nochmal, in horrendester Zeitnot, F3, kein, ja, okay, kann man machen, muss man nicht machen, ja, wie habe ich mal gesagt, ein Dusvorhang kann verschimmeln, muss er aber nicht. Also das ist Rüdiger Hoffmann, ne. Also, auch schwarz verdoppelt die Türme auf der F-Linie und der Nick hier, nochmal, der hat hier jetzt, ist im Blitzmodus. Der ist hier im Blitzmodus, ähm, äh, sind jetzt der 27., 28. Zug und er hat, glaube ich, noch, äh, keine Ahnung, also 20, 30 Sekunden oder irgendwie sowas, genau weiß ich es nicht mehr, aber jedenfalls horrende Zeitnot und, und was sollte man hier spielen? In dieser immer noch etwas besseren Stellung für Weiß, aber schwierigen Stellung. Computer empfiehlt König E2. Puh, boah, okay, ne, also Nick spielt F4. Oh, das ist natürlich auch eine weitreichende Entscheidung, aber er hat hier einen Trick schon im, im Kopf gehabt, einen Trick im Kopf, äh, und baut darauf, dass der Gegner hier nimmt auf F4. Das kam auch, G schlägt F4 und jetzt ist der Bauer schwach. Läufer H7, ja, das ist, sieht ein guter Zug, da ist es gar kein guter Zug, viel besser wäre Läufer G4 gewesen. Läufer H7 und, äh, ja, jetzt hängt der Bauer, wie so ne, wie so ne, wie so ne Krücke. Hm, die muss man decken, oder? Springer E2. Es ist keine andere Möglichkeit, diesen Bauer zu decken. Na gut. Und, und jetzt haltet euch fest, ähm, Nick ist der, der blitzt und, und in horrendester Zeitnot ist und, äh, sein Gegner eigentlich noch gar nicht mal so und trotzdem patzt sein Gegner. Er spielt hier Turm F5. Das ist vielleicht ein nachvollziehbarer Zug, schwarz greift einfach mal simpel den D5 an, ne? Das muss man ja auch mal erstmal abwehren. Und nochmal, 4, 3, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden und der Nick knallt den Zug raus. Liebe Leute, da muss ich echt sagen, Kudos, Respektomat, er knallt hier den besten Zug am Brett raus. Und das ist übrigens auch der einzige Zug, der gewinnt. Also, ich sag mal, gewinnen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber der hat einen klaren Vorteil einlocht, ja? Was hat der Nick hier gespielt? In horrendester Zeitnot. Ich nehme mal einen Schluck Tee und wisst ihr das? Echt tricky. Liebe Leute, unser guter Nick spielt C6. Und das ist der beste Zug am Brett. Jetzt möchte ich euch, also ich muss euch nochmal sagen, ich möchte euch nochmal sagen, was dahinter steckt, Turm schlägt D5, ne? Geht nicht, warum nicht? Ist ja ein Schach, okay? Das heißt, Schwarz müsste, das ist nicht der Partizug, ich komme gleich dazu, Schwarz muss eigentlich auf C6 nehmen. D schlägt C6 und König schlägt C6, hat aber diese Gabel zur Folge. Schaut mal, zack und zack. Das geht natürlich mal gar nicht. Deswegen müsste der König vermutlich nach D8 laufen, ja? Und jetzt kommt aber, nix Idee, das hat er mir auch nach der Partie dann gleich hingeklatscht, war jetzt wieder Springer D4. What a move! What a move! Das Problem ist, dass der Turm hängt. Wo geht denn der hin? Wo soll denn der hingehen? Ja, wohin? Nach F6 oder was? Das ist ein Matt. Ha! Dieser Springerzug macht nämlich, verbindet die beiden Türme auf der E-Linie und man kann das gar nicht abwehren. Was will man denn machen? Springer D4. What a move! Ja, also fantastisch. Und deswegen ist die Stellung nach B schlägt C6, D schlägt C6 im Grunde schon durch. Ja, ich sage mal so, der Computer empfiehlt trotzdem König schlägt C6. Muss ja eigentlich. Jetzt kommt hier diese Gabel und dann sagt die Engine, ja man kann hier aber, oder so, Schwarz kann hier noch kämpfen. Natürlich ist es super schwer, ist besser für Weiß, aber gewonnen ist es auch noch nicht, ne? Weil man hat hier ein super stabiles Konstrukt, muss man erst mal knacken. Also und so weiter. Also C6 hier, der beste Zug, der den Gegner vor gewaltige Probleme stellt und der Gegner vom Nick, hat hier nachgedacht und den König angefasst, um zu sehen, er wollte nach C8 laufen. Aber das geht ja gar nicht. Schaut mal, König C8, was ist denn das? Das ist matt. Das ist matt. Deswegen hat er den König angefasst, musste den König ziehen und zwar nach D8. Aber jetzt und gleichzeitig quasi, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, nach Springer D4 hat der Gegner aufgegeben. Es ist Feierabend, es ist aus, es ist aus. Was macht man denn jetzt? Der Turm hängt. Wollt ihr hier auf F4 nehmen? Nein, es ist doch wieder matt. Der Turm hängt und es droht matt. Und wenn man hier nimmt, ist er wieder matt. Immer ist matt, überall ist matt. Man kann das gar nicht mehr abwehren. Sensationell und deswegen Aufgabe hier von dem guten Thomas Witkowski. Und der Nick Merdian gewinnt hier diese Partie in einer tollen Art und Weise, wie ich finde. Und vor allen Dingen, man darf eins nicht vergessen, der gute Kerl, der hat immer, immer Zeitnot. Zeitnot ist Zeitnot in den klassischen Partien. Er ist ein guter Blitzer, aber immer wieder Zeitnot. Ja, das ist fast so wie ich. Das ist wirklich unglaublich. Aber er kniet sich rein und deswegen wollte ich euch die Partie vorstellen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war jetzt, war doch ein ganz gutes Niveau eigentlich. Also kann man nicht anders sagen. Ein paar Ungenauigkeiten drin, aber im Großen und Ganzen eine klasse Partie. Vom Nick Merdian, wie ich finde. Und ich denke mal, der wird auch in den nächsten ein, zwei Saisons auch weiter nach vorne rutschen. Muss ja vielleicht noch ein bisschen im Zeitmanagement schrauben, aber insgesamt gesehen tolle Sache. Und deswegen Gratulation nochmal an dieser Stelle. Nick weiß Bescheid. Ich habe ihn gefragt, ob ich die Partie zeigen darf oder auch besprechen darf. Und er hat sich gefreut, denke ich. Und es ist alles in gut. Und, ne, also, das wollte ich euch unbedingt näher bringen. Wie gesagt, es stehen große, große Turniere vor der Tür. Und ich bemühe mich täglich ein Video zu machen. Vielleicht auch alle zwei Tage. Aber das wird sich auch wieder ändern. Weil, wie gesagt, der American Cup fängt am, ich glaube am, ich weiß nicht, am 14. März oder so an. Mit, ja, Top-Besetzung. Und da gucken wir natürlich rein. Ist ja klar. Also, in diesem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr überhaupt nichts verpasst. Oder unterstützt mich gerne auch, wie gesagt, via PayPal. So, wie es der gute Oliver und Brüterik Press getan haben. Dankeschön für die Unterstützung. Und macht's gut. Bis denn. Und tschüss.